Diese Lichtablenkung im Gravitationsfeld, ja davon können wir heute nur träumen, wenn wir so eine Entdeckung machen, da kommen wir auf gar keinen Fall in die Tage zulässt, aber damals gab es so einen allgemeinen Optimismus für Entdeckung, das man erforscht, weil es gab wirklich gute Entdeckung, es gibt immer noch, aber man hat sich ein bisschen ran geschluckt. Dann hat er die braunische Bewegung erklärt, auch in diesem Jahr 1905 und eben die spezielle Relativität. Da stehst du auf pralle Eier. Na, das war wohl nichts. Sehen Sie in diesem Komödiendrama, wie ein Junge sich mit Absicht zum Außenseiter macht und dabei immer wieder die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Und natürlich sind, wie immer, die anderen schuld. Ihr habt doch echt nicht alle Tassen im Schlank, Alter, ihr habt kein Ei gesperrt und zwar alle miteinander. Sehen Sie einen notorischen Lügner, der im Hate untergeht. Doch eines Tages änderte sich sein Leben schlagartig, als ein Kung-Fu-Meister ihn zerstört am Boden fand. Er lehrt diesen Jungen, sich wieder selbst zu finden. Hm, du erst dein Inneres finden musst und erkennen musst, wer du bist. Ich bin ein Spastiker, Alter. Der Spastiker. Demnächst im Kino. Der Spastiker. Untertitelung des ZDF, 2020